Yo, hallo zusammen, da bin ich mal wieder zu einer neuen Runde Panzer, ja? Und ich hab heute gedacht, ich geh mal als Bersi ins PvP und mach mal so ein bisschen Action hier. Komm her! Das war schon ein Gegner, zu erkennen an der Fahne hinter seinem Kopf. Oh man, die kann ich ja noch nicht töten, weil die Zeit bis zur Schlacht, die dauert noch ein bisschen. Komm, hau die kaputt da jetzt! Aber man sieht auch, dass gar kein Schaden angezeigt wird, schade eigentlich. So! Ich komm einfach mal ein bisschen rum hier, bis die Schlacht endlich mal anfängt! Komm, go, 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 go! Ja, ich hab keinen Bock jetzt zu warten jetzt! Der sah viel größer aus als ich gerade, ey! Wieso geht das? Okay, jetzt geht's los! Und ich hau auch direkt auf Kacke mit so einem Drehschlacht, ja? Als einziger tanze ich wieder aus der Reihe. Und wo ist der Gegner? Komm, hopp! Da kommen sie! Die alten Schwänze! So, aber ich will natürlich am liebsten auf irgendeinen Fernkampftypen kommen. Oder auf ihn hier! Oh komm, schlag den nochmal! Jawoll, Tötung! Oh oh, muss direkt! Oh oh, jetzt tötet er mich! Oh, der scheiß Inji, den wollte ich ja auch mal ausprobieren, ey! Mit diesem Maschinengewehr da, also... Gibt's ja wohl nicht! Guck mal, wie er da rumläuft, so... Oh, komm her! Und dann geht er hier direkt rein! Voll tot! Direkt insta-tot, die Alte! Wie macht er denn das? Posen? Kann man irgendwie... Und dann stirbt er so schlecht, ey! So, ich lauf einfach mal hier hinter uns lang! Ja, versuch mal einfach mal! Guck mal, ob ich ihn kaputt kriege! Oh ne, die beiden aber nicht! Da muss ich rennen! Oh oh, da ist noch eine! Die schießt auf, wäre ich! Und noch einer! Und noch einer! Alter, jetzt stehe ich aber auch vom Feste hier, ey! Okay! Wir werden doch voll zusammengeschossen! Ja, der da oben muss sterben! Ja? Ja, also hier geht das nicht! Wir müssen eigentlich den, äh... Maschinengarnisten da oben töten, ja! Weil sonst werden wir das hier haushoch verlieren, glaube ich! Okay! Ich komm hier angeperzt! Boah, nicht getroffen! Mal gucken, wie viel er aushält! Jawoll! Ihn dann hab ich getötet! Ah, sie! Okay! Und ihn auch noch! So! Es ist Ruhe hier! Huhuhuhu! Ja? Das ist verdammt nochmal Ende! So, jetzt habe ich den und den noch hier auf die Feste, die hier! Jawoll! Noch einige killt! Drei Stück! Das war doch ein... Das war ein guter Run! Ja? So mag ich das! Komm, mach! Ich will wieder rein! Ich will jetzt Panzer spielen! So, naja! Denkt dran, wenn ihr nicht auf dem Server draufkommt, hört euch mein Lied an! So, äh... Komm, mach weiter hier! V, 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 schreibt da oben einer! Sehr gut! Okay! Zumindest einer hat das Spiel verstanden! Wieso habe ich ihn jetzt nicht geschlagen? Hat er das meiner? Hat er das auch meine? Mei! Ist aber auch so blöd, auseinanderzuhalten! Warum machen die Gegner nicht rot? So eine Aura? Und Freunde... Blau! Jawoll! Er muss jetzt... Er muss wieder weg! Oh, Mann! Okay, da muss ich halt jetzt wieder umlaufen und halt MG-Neste ausschalten! Ja, weil so... So geht es nicht! Oh, nach Freude suchen? Wollte ich doch gar nicht! Ich wollte was schreiben! Wo macht er denn? Ah! The Machine Gunner first! Wollte ich mal schreiben! Schreibt Bro Dead Cheap! Okay! Ich laufe da hinten rum! Damit die mich nicht sehen! Komm ich so angezweept! Aber ihr hier oben kann ich einfach nicht widerstehen! So, einen super Angriff hat sie abbekommen! Ja, und jetzt fühl mich genau, fühl mich hier hin! So... So... 2 und da gab es noch ein Skill. Da muss ich mal ausprobieren direkt. Ach ja, dann bringt er sich ja in so einen Kampfrausch. So war das. So, wo ist dieses Maschinengewehr? Da ist dieses Maschinengewehr. Okay. Jawoll, habe ihn eiskalt fertig gemacht hier, den Ficker. Komm, einschlafen noch, dann kannst du Kraftanlust machen. Jawoll, der hat auch gesessen. Wo ist der kleine Ficker? Da wird gleich mal tot sein hier. Oh, gibt's doch nicht. Der hat doch bestimmt nix mehr. Nix mehr hat der. Der kriegt jetzt gleich sowas von, der scheißt voll, ne? Aber sowas von. Guck mal, er haut da oben rum. Ah, nee, der baut das Maschinengewehr auf. Das ist einer von uns, ne? Dem muss ich helfen. Wir brauchen dringend ein Maschinengewehr. Der hinkt da, ja, jetzt geht's los. Den muss ich mir auch unbedingt mal holen. Also, ich glaube aber, da brauche ich einen Level 5 Charakter für. Guck mal, wie er auch hier drin updance. Uh! Beim Ballern. Okay. Rein hier. Ja! Tötung ein. Okay. Irgendeinen habe ich gekillt. Jawohl, ihn auch. So, den krieg ich auch noch hier, den Kraft. Boah, den Kraft. Super Kraftschlag. Oh, Mann, ey. Ich dachte, ich habe aber davor stand wieder. Ich bin da irgendwie so komisch durchgeglitscht. Ich wollte nicht da durchglitschen. Wer ist denn der Gegner? Ist der Gegner blau? Ja, ne? Oh, Mann. Dann gewinnen die. Das finde ich jetzt aber kacke. Also, das kann ich nicht unterstützen und verhalten. Ja, ja. Dass die gewinnen. Ich muss gewinnen. Hopp. Lass mich jetzt wieder rein hier. Dann kann ich dazu beitragen, dass wir vielleicht auch noch gewinnen. Okay, wir sind rot, anscheinend. Ja. Blau. Okay, er ist weg. Aber jetzt gehen wir erstmal hier außen rum für den Bazaar, ey. Tausend Schaden. Oh, okay. Dann zu ihm halt. Jawohl, er ist tot. Jawohl, getroffen. Okay. Oh, scheiße. Ja, gegen zwei, da bin ich, da habe ich noch nicht genug Skill für irgendwie. Also, ich meine, das ist jetzt mein zweites PvP-Match, ne? Ich glaube, dafür schlage ich mich gar nicht mal so schlecht, ne? Könnt ihr ja auch mal reingucken. Vielleicht trefft er mich ja hier. Könnt ihr mich hinzufügen? Dann zocken wir mal eine Runde zusammen. Ne? Also, wer Bock hat, ne? Link ist in der Beschreibung. Zum Spiel und zur Anmeldung, glaube ich. Äh, und, ähm, dann könnt ihr euch da gerne eintragen, ne? Und mit mir zusammen zocken mal. So. Aber das hier zocke ich meistens irgendwie tagsüber, ne? Also, nicht abends um sechs oder so. Also, das zocke ich irgendwann so 15, 16 Uhr. Da bin ich meistens dann hier mal anzutreffen jetzt. Dann in Zukunft, ne? Okay. So. Was haben wir denn? Komm. Neun Sekunden. Acht Sekunden. Sieben Sekunden. Sechs Sekunden. Fünf. Vier. Komm jetzt. Warte, ist das doch ungefähr einer? Ist das ein Schafschütze? Und da hinten voll viele von den Trollen, Alter. Ne, also ich muss jetzt da hinten rein und hier schlachten. Hier kommt. Hau dich mal in Rage. Jawohl. Also, ich bin 1080 tot mit einem Schlag. Oh, irgendein hat das gesperrt. Oh, 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 oh. Oh, da sind ziemlich viele. Los, bring mich in Laune. Oh, jetzt verstecke ich mich kurz hier. Oh, komm mal da drüben. Ich wollte doch hier oben lang. Komm. Mal einer noch für den Kraftangriff. Okay, Tötung. So, weg hier. Ich muss die Tränke mehr benutzen, habe ich gehört. Nehmen wir mal schnell einen. Okay, voll. So, du bist doch schon am Brennen, Kollege. Läuft dann bestimmt nicht mehr so viel, ne? Okay, den hat er auch abgeschickt. Oh, 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 oh. Ich muss hier raus. Ich habe noch 80. Oh, 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 oh. Los, schlag dich in Trance an deinem Schild. Und dann gib den. Oh nein. Ach so, da ist noch immer... Oh, wieder so ein nerviges Maschinengewehr, Alter. Oh, jetzt haben wir aber gut aufgeholt. 435. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, lieber Punktzahl. Aber ich hoffe mal, es geht bis 500. Dann gewinnen wir das nämlich hier nicht. Ja? So, komm, lass mich rein. Ich helfe euch. Auch wenn ich nicht weiß genau, was ich hier so mache, aber ist ja auch egal. Komm. Ich meine, Leute, wir führen jetzt ein Barsel. Boah, was war das denn? Ich bin eingefroren auf dem Boden. Was ist denn hier los? Aua. Ihr Wichser. Komm, lass mich hier raus. Boah, ey. Das war aber auch ein krasser Spell irgendwie. Ich lieg da voll lange eingefroren am Boden und komm, wie die aufholen auf einmal von den Punkten her. Das war gerade krass. Boah, wir waren aber auch alle tot. Jawohl. 2000 Schaden. Warum so viel Schaden? Vielleicht, weil ich in der Nähe vom Zuhause war oder so. Ach so, da oben muss ich das decken. Okay. Boah, komm. Kleiner Pisser, ey. Mann, mit dem... Weißt du, so voll dreist. Das verschieben wir genau in die Mitte. Wie, wie in den hat. Jetzt überholen wir uns noch im Gewinner. Das gibt es nicht. Obwohl, vielleicht schafft man es ja noch mal hier zu hart zu kontern. Also, ich gehe mal hinten rum. Das wäre mir ein bisschen die Idee. Und zwar ganz hinten rum. Okay. Bringt er welcher nochmal? Nee, bringt nix. Okay. So, 1600 Schaden. Tötung, okay. Mann, wieso komme ich den hier nicht hoch? Oh, wie rutschig er da war, ey. Das ist doch scheiße, so weit, ey. Nee, dann gehe ich doch auch nochmal hier unten rein. Tötung, ja, voll. Weg ist er. Und weg hier. Die schießen mit. Maschinen, gewerft mich. Oh, verdammt. 501, jetzt haben wir echt verloren, ey. Och, Mann. Ja? Vielleicht seht ihr ja im nächsten Spiel, wie ich gewinne, ne? Also, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, mitzuzocken, dann edit mich mal in dem Spiel. Und ansonsten, bis zur nächsten Folge. Tschüss.